Es freut mich sehr für ein neues Video, die Stefanie Tettweiler bei mir zu haben. Und wir werden heute über das allgegenwärtige Thema Liebe sprechen. Was ist Liebe, was ist vielleicht Liebe nicht? Aber ihr werdet das selber erfahren. Und ich gebe gleich das Wort weiter an Stefanie. Ja, hallo miteinander. Ich grüße euch auch. Ich stelle mich nur kurz vor. Den Namen wisst ihr schon. Und meine Tätigkeit, ja, ich sehe mich als geistige Hebamme. Als geistige Hebamme, weil ich Menschen helfe bei ihrer zweiten Geburt. Und bei der zweiten Geburt meine ich nichts anderes, als dass sie ihr wahres Sein, ihr wahres Selbst, ihr Christus selbst oder ihr göttliches Leben. Und ja, und dabei unterstütze ich sie, weil es ist ihr Prozess. Ich kann dabei nur unterstützen. Und jeder weiß, der schon mal ein Leben geboren hat. Das ist ein Prozess, der geht auch irgendwo ganz von allein, wenn man ihn liebevoll begleitet. Und ich finde die Farbe in deinem Raum, finde ich schon sehr passend. Also für mich hat das so ein Touch von Feinheit, von Lieblichkeit, von bedingungsloser Liebe. Das ist wahr, das nehme ich auch so wahr. Und das ist auch ein Traum, den ich mir erfüllen konnte in meinem neuen Zuhause, dass ich gesagt habe, auch ja, ich möchte einfach ein Zimmer in diesem lieblichen Rosé. Und ich fühle mich da sehr geborgen. Und das ist auch, ja, das merkt man, diese Strahlung ist was Feines, etwas, da kommen wir schon auch wahrscheinlich zum Thema, so was Sensitives, ein Mitgefühl, ein, ja, so eine schöne Färbung, eine Geborgenheit, die das ausstrahlt. Ja, gut. Darf ich dich denn direkt mal fragen, liebe Monika, wenn wir über das Thema Liebe sprechen oder auch bedingungslose Liebe? Ja, wie bist du denn zu dem Begriff gekommen oder wie ist deine Wahrnehmung, wie ist es zu dir gekommen, diese Liebe? Hast du sie wahrgenommen? Ja, das ist vielleicht nicht ganz einfach, wirklich den Punkt zu finden, wo das zu mir gefunden hat. Aber ich habe in meinem ganzen Leben immer wieder Begegnungen gehabt. Also heute würde ich sagen, Seelenverwandte in unterschiedlichen Graden, wo ich einfach gespürt habe, es gibt eine Liebe, die darf fliessen und die darf sein und die geht von mir weg, auch wenn sie vielleicht nicht so zurückkommt, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Und ich habe immer wieder gemerkt, es gibt noch tiefer das, was ich geglaubt habe oder gefühlt habe als Teenager, dann später. Das hat sich immer wieder, also es hat mein Gefühl oder meine Vorstellung von Liebe auf den Kopf gestellt, immer mal wieder. Und ich hatte vor, muss ich gerade überlegen, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, hatte ich nach einer zweiten Begegnung mit meiner Dualseele, also ich nenne es jetzt so, aber es ist einfach eine spezielle Begegnung, hatte ich eine Zeit gehabt, wo ich jeden Tag, also eigentlich in der Nacht, morgens zwischen eins und vier ist mir aufgefallen, ist etwas durch mich durchgeflossen, was ich eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann. Also es hat sich so angefühlt wie Glückseligkeit oder allumfassende Liebe und es hat mich durchströmt. Und das ist wirklich für Wochen nicht abgeflacht. Also ich war, jeder, der jetzt schon mal verliebt war, denkt, das ist verliebt sein, aber ich habe für mich so gespürt, da steckt noch mehr dahinter. Und zwischenzeitlich habe ich dieses Gefühl, also es ist für mich eigentlich mehr als nur ein Gefühl, es ist wie ein Seinszustand, hat sich dann auch wieder etwas verabschiedet. Und heute oder in der letzten Zeit ist es immer wieder möglich, dass ich das im Herzen dann spüre. Und dann wird mein Herz warm, dehnt sich aus und manchmal habe ich das Gefühl, es explodiert. Also es ist nicht schmerzhaft, es ist nicht diese schmerzhafte Liebe, weil Liebe ist für mich nicht schmerzhaft, sondern es ist ein Gefühl, was ich auch sehr oft im Herzen fühle und was man eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann. Und wo ich wirklich für mich gemerkt habe, es gibt es, diese Liebe, aber die ist nicht an eine Person gebunden. Das ist ein Gefühl oder ein Zustand und wir können immer mehr dieses Gefühl, diesen Zustand erreichen, egal gegenüber welcher Person, egal gegenüber irgendeiner Situation. Also es muss da nicht Sonnenschein sein, es muss nicht meine Lieblingsmusik laufen, aber es entsteht in mir drin und ich kann es manchmal nicht kontrollieren. Also es ist nicht abhängig vom Aussen. Also das ist etwas, wo mir oft die Worte fehlen. Und wenn ich so die Menschen sprechen höre, manchmal über Liebe, ist mir aufgefallen, dass es so eine Vorstellung ist von ich brauche etwas. Oder ich liebe jemanden nur dann, wenn. Also so eine abhängige Liebe und dass es noch etwas gibt, was nicht etwas im Aussen braucht. Und also mein Ansatz ist auch als Coach, spirituelle Lehrerin und Heilerin, dieses Gefühl in anderen Menschen wachzurufen, zu lieben, auch wenn vielleicht etwas nicht in derselben Weise zurückkommt oder zu geben, zu empfangen auch bedingungslos und einfach die Menschen in ein besseres Gefühl bringen zu lassen und zu lieben. Das ist auch so meine Aufgabe oder eine von meinen vielen Aufgaben. Ja, und hast du denn so ein ähnliches Erlebnis oder könntest du beschreiben, was ist für dich Liebe oder wie bist du dazu gekommen? Ja, es ist ähnlich wie bei dir. Auch zuerst eben als Mensch in dieser Welt haben wir gelernt, eben eher bedingt zu lieben, auch etwas manipulativ Liebe einzusetzen oder zumindest zu meinen, das sei Liebe in dem Moment. Aber naja, eben diese kleinen Manipulationsversuche, die man auch von den Eltern her kann. Ja, wenn du lieb bist, dann kriegst du dies. Und wir haben uns angestrengt, lieb zu sein, liebevoll zu sein. Und irgendwann stellt man dann doch fest, das ist nicht mit einer Anstrengung verbunden, sondern es ist mit dem Loslassen von Anstrengung verbunden. Oder überhaupt mit sehr viel Loslassen hat das für mich zu tun und sich da wirklich reinfallen zu lassen. Und es ist ähnlich geweckt worden wie bei dir. Ich bin auch damals jemandem begegnet. Und das war auch eine Tiefe und eine Weite und eine Größe, die ich so nicht beschreiben kann. Aber ich kann mich an eines erinnern, dass ich mal an einem Abend in die Augen desjenigen geschaut habe und wirklich auf den Urgrund geschaut habe. Also ich konnte den Urgrund oder den Kosmos oder Gott oder irgendwas sehen. Und in dem Moment habe ich wirklich gefühlt, gewusst, also meine ganzen Zellen in meinem ganzen Körper haben gewusst, das ist gerade die Liebe Gottes, die ich wahrnehme. Und das war so, ja, da bin ich jetzt noch gerührt. Das ist so ehrfürchtig oder so. Mit Furcht hat es nichts zu tun. Ja, aber ich weiß. Ich sehe mir dann wirklich die Worte. Und dieses dann zu haben und zu wissen, ja, und es ist jetzt nicht abhängig von demjenigen, der da ist. Ja, er lässt es in dem Moment auch gerade durch sich strömen. Ja, er ist auch vollkommen frei gewesen. Und dieses Gefühl, das habe ich dann ja später auch ohne diesen Menschen immer wieder gehabt. Also wir sind nicht zusammengekommen oder zusammengeblieben oder wie auch immer. Und es gab auch noch den Hinweis, dass ich eben auch da eben dieses Menschliche loslassen soll in dem Moment. Also dass ich das nicht an diese Person binde, sondern dass ich jetzt weiß, mit diesem Gefühl, mit dieser Erfahrung, dass es so ein Geschenk ist und dass ich das immer fließen lassen kann, egal zu welchem Menschen, egal zu welchem angeblich unbelebten Objekt, sagen wir mal, wenn es auch nur ein Stein ist. Also, und dann merkt man auch, wenn man das wirklich mal macht in diesem Gefühl und schaut dann einen Stein und ist einfach nur mit der Aufmerksamkeit im Herzen dann bei diesem Stein, da kommt was zurück. Ja, also diese Liebe ist nicht einseitig. Diese Liebe fließt wirklich von einem zum anderen. Und ich glaube, das ist auch gerade dieses große Geschenk, was wir alle für uns entdecken dürfen immer mehr, dass wir da hinkommen. Da ist überall diese göttliche Liebe in allen. Und jetzt schaffen wir es nur noch durch diesen Schleier hindurchzuschauen. Und dann sehen wir das Göttliche wirklich in allen, was uns umgibt. Ja, sehr schön. Und wie würdest du denn jetzt Menschen auf ihrem Weg helfen, der Liebe zu gelangen? Oder was hast du vielleicht für konkrete Tipps? Weil es ist ja, also du kannst natürlich Bücher darüber lesen und kannst dir eine Vorstellung erhalten, aber man muss es ja erlebt haben. Aber gibt es etwas, was du vielleicht auch für dich tust oder getan hast, falls du das beschreiben kannst? Ja, also das, was ich immer wieder tue, wenn ich merke, ich bin zu sehr mit Äußerlichkeiten beschäftigt oder meine Aufmerksamkeit fließt vielleicht zu Dingen, die erstmal nicht so besonders liebevoll erscheinen im Äußeren, um mich immer erst wieder zu mir zurückzunehmen. Also den Blick abzuwenden von scheinbarer Unvollkommenheit. Ja, man könnte draußen jede Menge Unvollkommenheit sehen. Aber ich lasse die Bewertung als erstes weg. Also ich gehe wirklich in mich, in mein Herz ziehe ich mich zurück, ziehe mich in mein, ich nenne es jetzt mal ein Kokon, ich ziehe mich in mein Kokon zurück, gehe in mein Herz und gehe in diesen Frieden und in diese Stille. Weil wenn alles im Außen wegfällt und ich in dieser Stille und in diesem Frieden meines Herzens bin, dann kommt es automatisch wieder. Also wir sind ja die Liebe, wir sind ja die bedingungslose Liebe. In unserem Herzen ist ein riesiger Elektromagnet, der nur Liebe ausstrahlt permanent. Wenn wir dich daran hindern mit unserem Verstand, so sage ich mal. Und deshalb ist es für mich so wichtig, den Verstand wirklich still werden zu lassen, sich einen Punkt zu suchen, vielleicht irgendwo einen kleinen Punkt zu fokussieren, den ruhig zu betrachten, Gedanken kommen und gehen zu lassen, aber sich nicht mehr daran festzuhalten, sie wirklich wieder wegfließen zu lassen und zu dieser Stille zu kommen. Ich habe das mal genannt, das Peace of No Mind, weil ich kannte diesen Begriff aus der spirituellen Lehre, ja Peace of Mind, und dann habe ich immer gesagt, ja Peace of Mind. Aber der Verstand ist doch überhaupt nicht friedlich und der will auch gar nicht friedlich sein. Und dann habe ich dahinter, ja, aber wenn der Verstand nichts mehr sagt, dann ist Frieden. Und dann hieß es für mich also, aha, es ist Peace of No Mind. Jetzt ist es richtig für mich. Ja, das ist das eine, was wirklich jeder für sich machen kann, finde ich, sich zurückzuziehen in sein Herz und dort diesen Frieden. Erst kommt der Frieden, dann fließt automatisch wieder die Liebe. Und wenn ich jetzt im Gespräch bin mit einem Klienten oder einfach in einer Begegnung, da habe ich es ein bisschen einfacher, weil in dem Moment bin ich dieses Feld des Friedens, egal, ob es ein Tier ist, ein Mensch oder wer auch immer, ich gehe zuerst in dieses Bewusstseinsfeld des absoluten Friedens, dann strömt aus mir die Liebe und strömt und strömt und strömt und der andere darf sich in dieses Feld fallen lassen. Ah, schön. Und damit merkt er ja sofort, aha, aha, er geht in Resonanz damit und er kann ja nur in Resonanz damit gehen, weil er sich selber Liebe ist in seinem Herzen. Und das ist für mich natürlich noch die schönere Arbeit, wirklich so in Begegnung direkt, dass Menschen in mein Feld kommen und sie sich da einfach reinfallen lassen können. Ja, sehr schön. Und was würdest du jemandem jetzt noch mit auf den Weg gehen? Also du sagst, der Mensch fühlt die Liebe, deine Präsenz und er kann fast nicht anders als sich hingeben, aber vielleicht hattest du das auch schon in deinen Beratungen oder Sessionen, jemand, der dann im Kopf bleiben will oder in der Opferrolle bleiben will und natürlich fühlt er sich vielleicht entspannt oder hast du da noch eine andere Herangehensweise, wie du den mitnehmen kannst? Also tust du dann das mit Worten? Oder, also, weil es gibt da immer auch in Gesprächen, ob das jetzt im Privaten oder im Geschäftlichen ist, vielleicht so Momente, wo jemand dann sagt, aber das stimmt nicht und ja, du kannst reden, aber also es hat ja dann nichts mit dir zu tun, sondern mit ihm, aber wie gehst du damit um, den Menschen wieder zurückzuholen, wenn er dann mal aus diesem Raum ausbricht? Ja, ich verstehe, was du meinst und worauf du hinaus willst, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich weniger um die Sprache kümmere in dem Moment. Also ich mache diese, nenne es telepathische Kommunikation, ich spreche mit der Seele direkt und egal, was im Außen gesprochen wird, die Seele, die von meiner Seele angesprochen wird, die weiß sofort Bescheid. Ja, die erinnert sich sofort und es ist dann so, dass dieser Funke einfach wieder geweckt wird. Das wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit dieser Liebe, die ich dann ausstrahle oder auch, indem ich die Liebe in dem anderen ja erkenne und ich sehe ihn schon in seiner Vollkommenheit. Ja, ich sehe schon ihn in seiner neuen Geburt. Also das sehe ich alles schon. Das ist, naja, wenn du eben so einen felsenfesten Glauben hast und es auch schon erlebt hast, dann ist es ja unerschütterlich. Und diese Unerschütterlichkeit, ich glaube, das ist das, was dann dieser Seele so gut tut in diesem Moment und sie merkt, da gibt es tatsächlich diesen großen Glauben und diese Unerschütterlichkeit und das bewegt sie dazu, sich wieder neuen Mutes neu zu entfalten. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben, dass sie einfach erkannt wird in ihrem wahren Sein und dass sie von da aus, dass dieser Funke wieder größer wird und die Flamme wieder größer wird und ja, dass der Mensch dann aus sich heraus plötzlich merkt, es beginnt eine Veränderung und macht es nicht mehr mit dem Verstand. Das kommt wirklich aus seinem Inneren heraus. Ah, sehr schön. Aber gerne gebe ich das auch zu dir, weil du machst das, begleitest es ja auch gerne mit Worten noch und auch, dass der Verstand auch mitkommt und es sind vielleicht einfach unterschiedliche Arten, aber mich interessiert natürlich, wie du das dann begleitest, ja, in dem Fall. Ja, gell, oftmals, ich habe ja wie kein Konzept, gesagt, es kommt dann irgendetwas und was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass meine Worte eine Wirkung haben, aber das hat natürlich auch mit meiner Energie zu tun. Also, das habe ich schon gespürt, zum Beispiel, als ich noch angestellt war im Büro und vielleicht jemand mir so ein bisschen forsch etwas gesagt hat und dann bin ich nicht mit derselben Energie reingegangen, sondern habe vielleicht gefragt, ah, okay, ich wusste nicht, dass es um das geht, ah, das nächste Mal weiss ich das besser und ich werde das und das erledigen, also in diesem Frieden geblieben bin und klar, schlussendlich war es meine Energie, aber meine Energie haben meine Worte geformt und da habe ich gemerkt, dann beruhigen sich die Menschen, auch weil ich in meiner Mitte bin und nicht mitspiele, weil sonst entsteht da ein Ping-Pong-Spiel, wenn ich ja mit derselben Energie oder einer ähnlichen Energie wie das Gegenüber mitgegangen wäre. Ja, und so meine Beobachtungen haben einfach immer so gezeigt, dass manchmal ist es fast egal, was man sagt, also nicht komplett egal, aber die Energie formt die Worte und dann können Worte sehr kraftvoll sein oder können Verständnis oder Mitgefühl geben, weil die Worte aus dem Sein heraus fliessen. Deshalb sage ich immer, Worte sind sehr kraftvoll, noch in der gesprochenen Sprache, wenn sie aus dem Herzen heraus kommen und da wären wir bei der herzbasierten Kommunikation, also das Herz, die Liebe, die Weiblichkeit und für mich die Kommunikation als Ausdruck, als Aktivität des Männlichen, diese beiden Aspekte miteinander verbunden, die wirken Wunder, oder? Also, habe ich so für mich herausgefunden, dass, ja, natürlich jedes Wort eine Schwingung hat, aber wenn ich in der Liebe bin und in der Achtsamkeit und ja, dann etwas sage und ich überlege dann vielleicht gar nicht so groß, was ich sage, sondern es fließt einfach und dann passiert etwas. Also, das ist so das, was ich tue und sehr, sehr oft genau passiert es einfach. und also für mich ist auch so ein Ansatz oder, dass die Menschen an ihrem Herzchakra arbeiten oder Verletzungen auflösen oder Glaubenssätze auflösen, um diese Liebe auch zu spüren und dann befähigt sind, egal, ob es jetzt eine Handlung ist oder Worte, was ja auch Handlungen sind, aus der Liebe heraus zu wirken. Oder, also das, ich nenne es jetzt so Herzchakra, oft heisst das, eigentlich ist das gar nicht mehr so wichtig, aber dieser Herzraum oder dieser Raum wieder ganz werden zu lassen und die Liebe in sich zu spüren und das Licht und daraus zu wirken. Ja. Ja. Ja, ich habe das auch schon mal so ein bisschen untersucht, wo kommt es her, was ist das überhaupt, diese bedingungslose Liebe und ich bin dann, damit mein Verstand auch natürlich mitkommt oder möchte die Dinge ja auch begreifen, ja, weil ich finde, der Geist ist ja ebenso wichtig auch wie die Liebe oder wenn sich das eben miteinander verschmilzt, dass man Verständnis hat und dieses Herz für viele Menschen ja auch ganz wichtig, dass man weiß, ja, Liebe, im Grunde genommen alle Elektronen in dieser Welt, dass das ein riesiger Elektronenstrom ist, den wir zum Beispiel jetzt aus unserer Zentralsonne bekommen, wiederum über unsere Sonne, unsere Sonnensystems und dort weiter verteilt wird und dass das wirklich im ganzen Universum großzügig verteilt wird und wir aber in unseren Herzen, wie ich das vorhin schon mal angesprochen habe, dass das wirklich wie ein Elektromagnet ist, der zieht diesen Lebensstrom, diesen Strom an Liebe, an Lebenskraft, an Energie wirklich in sich hinein und jetzt bekommt er diese wunderschöne Elektronenergie, dieses Elektronenlicht und darf es verwenden, also er darf damit gestalten, er darf das formen in irgendwelche Dinge, die er gerne haben möchte, in Ideen, in seine Ausdrucksweise oder wie auch immer. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie wird es jetzt von ihm beeigenschaftet, von diesem Menschen oder dieser Person und von Natur aus ist das wirklich die reine Liebe, das reine Licht und jetzt kommen halt Menschen, die halt noch gewisse Erinnerungen, Verletzungen in ihrem gesamten Körper gespeichert haben und fangen an, diese Elektronen zu beeigenschaften und da sind dann halt manchmal halt Gefühlsbelegungen oder Gedanken, die eben nicht besonders harmonisch schwingen und diese, wenn er diese dann ausströmt, in die Welt entlässt, die gehen nicht in das Universum ein, weil das Universum lässt nur Harmonie zu, das heißt, die kehren wieder zu ihm zurück, diese disharmonischen Dinge, also er bekommt sie immer wieder zur Vorlage, bis er das wirklich auch verstanden hat, sagt, aha, ich bin also die Ursache für die Wirkung, die immer wieder zu mir zurückkommt. Okay. Beeigenschaften die ganze Zeit, diese Elektronen, vielleicht mit Missgunst, mit Missklang, mit irgendwelchen, ja, disharmonischen Gefühlen und dann müssen sie zu mir zurückkommen, sie haben meinen persönlichen Stempel, sie kommen garantiert zu mir zurück, damit ich sie erlöse und sei es aus anderen Inkarnationen, aber besonders merken wir das jetzt hier in dieser Inkarnation, weil es jetzt viel schneller geht, ja, wenn wir was von mir aussenden, was disharmonisch ist, das kommt mittlerweile in einer Geschwindigkeit zurück, dass man schon sagen kann, ups, was habe ich denn da gerade gemacht und dann kann man aber ja gleich wieder, ah, ja gut, das ist ein altes Muster gewesen oder ja, man hat ein Verständnis dafür, dass es was altes Unerlöstes ist und jetzt wieder die Energie, vielleicht auch durch die Atmung in sein Herz zu nehmen und das wirklich zu erlösen und zu sagen, ja, das war so, es ist in Ordnung, aber jetzt, ich möchte ja Harmonie, mein ganzes Wesen sehnt sich nach Harmonie, alle Menschen, alle Tiere, alles Leben möchte Harmonie, weil es ist unser natürlicher Zustand und das andere ist etwas altes, vergangenes, was wir jetzt wirklich ablegen dürfen. Das war noch mal so, weil ich doch auch gerne mal erkläre oder sage, ja, was gibt es da für ein Bild, wie kann man das sehen und ich sehe auch immer diesen Prozess, diese Transformation wie bei dem Schmetterling, das wird so oft gesagt, aber wenn man sich da wirklich mal tiefer mit beschäftigt und erkennt, ja, ich bin gerade in diesem Prozess, ein Schmetterling zu werden, ja, also wirklich meine göttliche Natur, mein göttliches Seelen-Selbst oder wie auch immer, das ist noch mal was ganz anderes als das Leben, das ich bisher geführt habe, aber ich muss mich da schon auch wirklich im Vertrauen diesem Prozess hingeben, weil alles andere, ich kann sonst diesen Prozess, ja, wenn ich anfange, da mit dem Verstand drin zu arbeiten oder den Versuche zu blockieren oder zu verhindern, dann wird es ja ein bisschen holprig, dieses Ganze. Naturgemäß kann ja nur unsere wahre Gottesnatur sich entfalten wollen und dass wir uns dem auch wirklich hingeben. Ja, das ist ein schönes Wort, die Hingabe, oder das ist ja auch so ein weibliches Attribut, eigentlich nichts zu tun und durch die Hingabe kommen wir ja auch immer mehr in die Verbindung mit unserer Utdiktion, mit höheren Quellen und gibt es vielleicht da noch einen Tipp zusätzlich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie man in die Hingabe kommt, weil wir sind da so ein bisschen darauf programmiert oder es wird vorgemacht und wir haben schon Jahrtausende so gelebt, dass man so viel tun muss oder wir müssen ja so viel erreichen, um irgendwo hinzugelangen und viele Menschen haben ja Mühe, sich etwas hinzugeben, zu akzeptieren, zu umarmen und mal nichts zu tun oder zu fühlen und hast du da auch aus eigener Form oder aus deiner Tätigkeit praktische Tipps, wie wir mehr in die Hingabe kommen können? Ja, ich würde jetzt, ich glaube, bei mir ist es immer die gleiche Praxis, die Energie abzuziehen von den äußerlichen Erscheinungen wieder ins Innere, in die Meditation, aber eben nicht in die Meditation, wo ich sage, jetzt werde ich wieder geführt oder jetzt werde ich wieder begleitet mit Sprache oder sonstigen Dingen. Ja, einfach, ja, einfach, einfach, einfach loslassen. Ja, ganz sicher. Das hört sich ja oft so einfach an, aber es ist ja für viele Menschen ist es ja so schwierig, weil ich sage manchmal einfach auch, du musst einfach loslassen. Und oft, das ist jetzt meine Erfahrung, dass es dann geschieht, wenn wir es nicht mehr wollen, dann eigentlich, wenn ich nichts mehr will. Ich will nicht einmal mehr in der Hingabe sein. Ich will nicht mal nicht loslassen, also lasse ich los, etwas tun zu müssen und dann geschehen Dinge. Kennst du das auch bei dir? Ja, das kenne ich und das wird halt, na ja, es wird negativ bewertet mit dem Wort Resignation zum Beispiel, aber wenn wir erkennen auch, dass Resignation auch ein ganz wichtiger Prozessschritt sein kann, einfach mal zu resignieren und zu sagen, nein, ich habe jetzt wirklich, ich habe es satt, ich will nicht mehr. Auch das, wo jetzt andere sagen würden, nein, das ist Resignation, das ist doch nicht das Richtige, doch, es ist alles richtig, gibt nichts Überflüssiges im Universum. Weil nach der Resignation einmal wirklich, ich hatte das in meinem Leben auch, einen Punkt der vollkommenen Resignation, ja, also am Boden sozusagen, hoffnungslos, zerschmettert und das, ja, aus diesem wieder aufzuerstehen, also. Wow, aufzuerstehen, also das ist das so, bringst du das jetzt in Verbindung mit der Auferstehung oder wie der Phönix aus der Asche oder? Definitiv. Ja. Oder auch mit der Christusgeschichte, weil ich, ich merke immer mehr, es geht um dieses Christuserwachen in uns und für mich hat das aber nicht zwingend mit Religion zu tun, sondern für mich ist es einfach, das ist ein Prozess der Menschheit, der, ja, dass wir alle zu diesem Solaren, zu diesem Sonnenchristus, unser wahres Wesen, dass das erblühen, er strahlen will und deshalb kommt dann auch die Geschichte mit der Auferstehung, kommt auch mit da rein, weil es uns tatsächlich ein Mensch schon auf Erden vorgelebt hat, dass es geht und dass man dafür auch nichts Besonderes sein muss, es war nicht unbedingt der Auserwählte, sondern es war derjenige, der sich am meisten hingegeben hat in diesem Prozess, ja, und ob du es auch nimmst, der Phönix aus der Asche, ja, genau, aus diesem Punkt, wo der Verstand quasi an sein Ende kommt, wo er keine Kontrolle mehr hat, was bei mir, ja, wo der Verstand nicht mehr kontrollieren konnte oder wie es jetzt in der aktuellen Situation auch da draußen so wahrnehmbar ist, wenn der Verstand eben eine Situation nicht mehr kontrollieren kann oder man merkt, er behindert sich selbst mit seinen Restriktionen so sehr, dass er kapitulieren muss irgendwann, ja, dann kann dieser schöne Phönix aus der Asche die zweite Geburt, dann kann dieses Christus selbst erwachen und die Führung übernehmen. Ja, und ich mag ja so gerne darüber sprechen, oder, das Licht in jedem Menschen zu entzünden, also für mich geht es dann auch darum, in dieses Christusbewusstsein zu gelangen, was mehr eine Frequenz ist und, ja, in mir selbst und in anderen Menschen das Licht zu sehen, auch wenn es nur ein Funke ist, oder, weil dieses Licht tragen ja alle Menschen in sich, auch wenn es vielleicht mal dunkel ausschaut im ersten Moment und sich dessen bewusst zu sein, jedem Menschen, wie du auch zu Beginn gesagt hast, der göttliche Funke, ich weiss nicht mehr, wie du es formuliert hast, in allem zu sehen, auch in einem Stein, auch im Computer, auch im Auto und uns bewusst zu sein, da gibt es ein Licht in allem und es erwacht, es kann nicht mehr anders, also es ist ja, ich habe wieder das Gefühl, es ist wie eine Pflanze, die in sich oder ein Samen, der weiss, erwächst und alles ist eigentlich in ihm schon drin und er kann nicht anders, als sich gegen das Licht zu heben und zu wachsen und da mögen die Umstände noch so widrig sein und vielleicht, ja, kommt mal ein Sturm oder irgendetwas, aber da ist eine Kraft in einer Pflanze drin, die weiss, da ist Licht und ich möchte da hoch und nichts hält mich davon ab, also das ist für mich so, ja, ich liebe ja Metaphern und auch für Menschen, die sich das nicht so vorstellen können, aber vielleicht so das Gefühl zu haben, ja, da ist ein Samen in jedem von uns und der weiss, was er ist, er weiss, wohin er gehen will. Und er hat auch diese Sprengkraft, ja genau, er hat auch diese, diese Kraft, das Alte aufzusprengen und das ist, finde ich, wirklich ein schönes Bild, genauso wie mit der Raupe, würde die jetzt sich jetzt weigern und sagen, nein, ich will aber Raupe bleiben, das kenne ich, das gibt mir Sicherheit, ja, ich habe jahrelang, naja, für die Raupe jetzt vielleicht wochenlang als Raupe gelebt und das ist sicher, das ist gut, da weiß ich, was ich habe, ich weiß, was ich fressen muss und wenn ich ein Schmetterling bin, dann weiß ich doch jetzt doch gar nicht, was ich machen soll und wozu ich dann da bin und stelle immer diese Gedanken vor in einer Raupe, aber das ist ja das Schöne, der Mensch hat einen freien Willen bekommen, der kann sich tatsächlich noch ein bisschen versperren, also er kann es hinaus zögern und das fühlt sich sehr unangenehm an, dieses sich dagegen sperren, gegen diese natürliche Entwicklung. Die Raupe, die hat keinen freien Willen, also die muss so oder so ein Schmetterling werden, ja, aber der Mensch mit seinem freien Willen und das ist ja trotzdem auch Gottes Geschenk, zu sagen, ja, geh mal ruhig erstmal deinen Weg, der anderen Entwicklung, sei mal erst die gefräßige Raupe, aber irgendwann wirst du merken, dass du satt bist, ja, also, du bist irgendwann satt gefressen an diesen ganzen materiellen Erscheinungen und an den Dingen da draußen, die dir so begegnen und auch an dieser Disharmonie und irgendwann hast du wirklich, bist du gesättigt und dann zieh dich zurück in deinen Kokon, gib dich den Prozess hin, fühl dir das mal in deinem Herzen, was da wachsen will und dann lasse geschehen, weil es gibt nur Vollkommenheit, was da rauskommt, kann nur noch vollkommener sein als alles das, und ich habe schon Bilder gesehen, also das Paradies auf Erden, das ist wirklich, es ist der Leben in uns, so greifbar, ja. Ja, also wenn du sagst, du hast Bilder gesehen, hast du innere Bilder, also Visionen gesehen jetzt von der Zukunft, oder kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, wenn du sagst, du hast Bilder gesehen? Ja, wenn ich Bilder sehe, dann ist da immer erst mal ganz viel Licht, also es ist eine ganz lichtvolle Welt und lass mich mal ein paar, versuchen ein paar Worte zu finden, die das beschreiben können. Na, so wie du vorhin gesagt hast, es ist mehr Schwingung, wir nehmen wieder mehr die Schwingungen wahr, also Licht in verschiedenen Farben und Formen, Schwingungen, dieses neue Sehen und ja, dass eben diese festen Formen auch nicht mehr so fest erscheinen, wie sie sind. Und was noch eben ist, es fällt wirklich jegliche Unvollkommenheit, die Menschen jemals erschaffen haben, die fällt weg. Ja, es geht nicht mehr anders, oder? Also eben, wir können uns streiben, oder es ist wirklich so dieser Moment, wo ich immer wieder fühle, bei mir selbst, wenn noch was raus will, oder bei anderen Menschen, irgendwie, da kann dir noch jemand auf den Deckel, wie sagt man so, da kann der Deckel drauf sein, und nach so fest drücken, na, da suchst du dir halt einen anderen Weg, anstatt da rauf, wo es vielleicht nicht geht. Ja. Also, aber es geht nicht mehr anders, und also, das ist natürlich ein Prozess, aber ich finde es so schön, wie du Bilder siehst, und ich habe für mich auch das Gefühl, ich spüre es im kleinen Zeh, ich sage das so, aber für mich gibt es keine Umkehr, also die Liebe, der Frieden wird zurückkehren, und als Seele wissen wir das, und als Mensch haben wir es teilweise vergessen, und dürfen uns jetzt daran erinnern, und andere Menschen mitnehmen, oder inspirieren, durch unser Tun und unser Sein, und ja auch, das hat ja dann auch mit der Freude zu tun, oder es geht ja nicht mehr um die Liebe, sondern alles, was hoch schwingt, oder dieses zu leben auf der Erde, und dass das möglich ist, ich verstehe Menschen, die sagen, das ist nicht möglich, es gab schon immer Gut und Böse, oder es gab schon immer Kriege, das ist der Verstand, der nicht verstehen kann, weil es seine Vorstellung überschreitet, dass da etwas sein kann, wo es eben nicht mehr in dieser Harmonie ist, und dass es darum geht, sich daran zu erinnern, und Teil davon zu sein, also es geht ja nicht darum, dass eben, es fällt uns kein Jesus vor die Füsse, weil wir sind all diejenigen, die diese Kraft in uns haben, und das auf die Welt bringen können, natürlich hilft uns ja die Energie, die kosmische Energie, feinstoffliche Wesen, aus meiner Sicht auch positive, ausserirdische, einfach, da ist das ganze Universum, schaut dazu, und möchte, dass die Erde, ihr Bewusstsein, also und die Menschheit, ihr Bewusstsein erhöht, und wieder zurückkommt, in die Liebe, und in die Harmonie, und es ist nicht langweilig, es wird immer noch schön, und spannend sein, es ist ja nicht nur so, dass wir dann nur auf der Wiese liegen, und Wolken anschauen, aber diese Energie zu haben, in der Freude, in der Linden, im Frieden zu sein. Ja. Ja, und das ist wirklich schön, das braucht wirklich solche Seelen, die sich, wie ich schon gesagt habe, die da unerschütterlich sind, die die anderen noch ein bisschen mitnehmen, in der Energie, ja, die, weil, das ist auch eben dieses Bild, wenn ich mit dem Verständnis Gottes, auf dieses Universum schaue, und da ist noch diese Erde, und die sieht jetzt im Augenblick ein bisschen kränklich aus, für ihn ist es überhaupt kein Problem, ja, weil für Gott ist das ganz klar, dass diese Erde aufsteigt, das ist so sicher, wie sagt man, wie das Arm in der Kirche, hat man früher gesagt, weil in seinem Universum ist alles vollkommen, und für uns ist es nur noch, also er ist ja nicht innerhalb der Zeit, also er sieht ja die Vollkommenheit schon, es ist die Vollkommenheit, ist ja schon da, nur in der linearen Zeit, die wir jetzt wieder für uns hier sehen, da meinen wir, ach, das dauert jetzt noch, und das dauert jetzt noch, aber das ist, das ist ja auch nochmal ein guter Punkt, diese Verbindung, in dieser Meditation, wo ich bin, wenn ich da wirklich in diesem Frieden bin, dann trete ich aus, aus der Zeit, also ich trete wirklich aus dieser kollektiven Zeit, aus diesem kollektiven Bewusstsein, in dem Moment aus, und dann sehe ich die Wirklichkeit, dann sehe ich, was wirklich da ist, und dieser alte Schleier, wie man sagt, der ist dann weg in dem Moment, und deshalb ist es ja auch so wichtig, so häufig zu diesem Punkt zu kehren, oder einzukehren, und dort diese Vollkommenheit wahrzunehmen, denn je öfter ich dort bin, desto mehr wird das zu meiner Realität, die ich wieder mitbringe, dann in diese Zeit, also es ist wirklich dort, wo alles vollkommen ist, bin ich, und dann nehme ich das mit, wieder hierhin, in die Zeit, oder in den Raum, oder in den Arbeitstag, oder was auch immer, und dieses Runterziehen, ja, dieser Vollkommenheit, ich glaube, das ist nochmal auch ein wichtiger Punkt, an der Stelle. Ja, also das, also ich sehe das so, oder diese Spiritualität, diese Liebe, genau auf der Erde auch zu leben, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass wir das nicht nur in der Meditation erleben, sondern auch dann, wenn wir nicht meditieren, oder? Ja, es geht ja darum, dass beim Schneeschaufeln, beim Gärtner, beim Kochen, bei den alltäglichen Dingen zu fühlen, und zu sein, und zu verkörpern, ja, dann müssen wir nicht mehr meditieren, oder wir dürfen, aber es ist so eine gelebte, eine gelebte Meditation, die nicht mehr, also, das nicht mehr da ist, weil ich denke, ich muss meditieren. oder wie, vielleicht habe ich dich nicht richtig verstanden, oder, aber so, das ist so mein Ansatz, auch diese Meditation, oder dieses Gefühl in den Alltag hineinzubringen, diese, diese Liebe, dieses Bewusstsein, zu leben, oder immer mehr zu leben. Ja, das ist darin begründet, dass es wieder mit der Aufmerksamkeit zu tun hat, wenn ich dann wieder in der, in den äußeren Erscheinungen der Welt bin, mit meiner Aufmerksamkeit, die, die stürmen ja manchmal so auf mich ein, dass ich merke, jetzt ist es wieder zu viel, jetzt komme ich so ein bisschen vom Glauben ab, weil das ist so, es fühlt sich alles so real an, und, dass ich dann wieder zurück, mich zurückziehe, mir eine Auszeit von dieser, äußeren Welt nehme, wieder in diese Meditation gehe, und da werde ich ja wirklich richtig aufgeladen auch, also da fließt ja diese, diese Energie der Liebe, auch in jede Zelle meines Körpers, und die räumen dann auch wirklich alles auf, was dann noch an Missklang ist, und wenn ich das dann geschehen lasse, und das sich dann so gestärkt, und positiv beeigenschaftet, so wie ich das vorhin mit den Elektronen mal, versucht habe, bildlich darzustellen, und guck mal, jetzt gehe ich wieder raus in diese Welt, und wie lange halte ich den Zustand, ja, also es ist schon auch eine Aktivität, also Frieden heißt nicht, ich ziehe mich zurück, und dann ist alles friedlich, sondern das ist wirklich auch eine Aktivität, das ist nichts Passives, das ist auch eine, ja, auch eine Autorität, und eine Selbstbeherrschung, auch diese Liebe, ja, die dann sagt, nein, nein, du lässt dich jetzt nicht von diesen ganzen Dingen wieder vereinnahmen, oder die schreiben dann deine Elektronen alle wieder um, die du gerade positiv geladen hast, und jetzt werden sie wieder negativ beeigenschaftet, und das ist noch im Augenblick dieses Spiel mit der Polarität, aber wie du schon sagst, ja, es soll eine gelebte Spiritualität, oder überhaupt unser natürlicher Gotteszustand sein, das will ja gelebt werden, nur im Augenblick ist es noch ein bisschen dieses Hin und Her, also würde ich so sagen, dass wir auch passieren können. Ja, und das ist ja auch in Ordnung, oder? Ja, das ist insofern in Ordnung, ja, warte mal, da kommt jetzt noch was, weil jetzt in dem Moment, ja, nicht, dass wir versuchen, das jetzt zu, uns so schön zu reden, dass das alles mit dazu gehört, weil es ist wirklich wichtig zu wissen, dass diese Freude und in dieser Liebe zu sein, dass das unser einziger natürlicher Zustand ist, also das ist wirklich der wahre, einzige, natürliche Zustand, der für uns vorgesehen ist, und das andere ist noch das, aus der alten Zeit, das wir mitgenommen haben, oder auch halt so karmische Dinge, also im Grunde genommen nur Sachen, die wir selber mal verursacht haben, die jetzt noch mal wieder zu uns zurückkehren und wieder erlöst werden wollen, jetzt ist es wieder, jetzt, ha, jetzt bin ich wieder in der Spur, danke, genau, das nämlich nicht wieder auf andere zu schieben, dass die für irgendwas verantwortlich sind, sondern dass ich wirklich immer in meinem Bewusstsein habe, Energie, die ich vom Göttlichen, vom Universum geschenkt bekommen habe, ist durch mich durchgeflossen, und ich habe sie beeigenschaftet, negativ oder positiv oder wie auch immer, und jetzt zeigt sie ihre Wirkung im Außen, da kann ich aber nicht sagen, das sind die anderen Schuld, sondern ich muss wissen, dass ich es selbst verursacht habe, und das ist ein ganz wichtiges Bewusstsein an der Stelle, und alles, wo ich ja weiß, dass ich es selbst verursache, das kann ich wieder zurück zu mir nehmen und wieder heilen, oder wieder repolarisieren, oder wieder in die Liebe zurücknehmen, und das ist auch eben dieser wichtige Prozess, dass man in diese Eigenverantwortung kommt, und nicht weiterhin sagt, es sind andere für die Dinge verantwortlich, oder höhere Mächte, oder irgendwelche Regierungen, oder sonst irgendwas, das wäre wieder dieses Abgeben, und was gibt man dann ab, dann will man wahrscheinlich nur etwas gerade nicht fühlen, in dem Moment, und sagt dann lieber, nee, das Gefühl will ich nicht haben, der ist schuld, da geht das Gefühl jetzt hin, und wirklich immer wieder zu mir zurücknehmen, alles, was nicht in der Liebe war, kommt in mein Herz zurück, kann ich in einem ruhigen Atem, das ist ja auch nochmal sowas, ein ruhiger, ausgleichender Atem, damit kann ich es wieder heilen, ich kann auch mit der violetten Flamme arbeiten, das ist ein Geschenk, das wir bekommen haben, die violette Flamme ist die Flamme der Vergebung, eine ganz wichtige Qualität der Liebe, und ich weiss nicht, ist das möglich, weil ich denke so, wir können so bald mal so abschliessen, aber kannst du das in ein paar Sätzen so erklären, dass das die, unsere Zuschauer gleich nachvollziehen können, das mit der violetten Flamme, oder umsetzen können, oder wäre das noch zu weit, um hier zu erklären, oder also gibt es da etwas, wie zwei, drei Affirmationen in einer Meditation, was man machen kann, oder soll das vielleicht etwas sein, was wir dann im nächsten Video anschauen? Es ist ein bisschen umfangreicher, weil ich glaube, doch ist es gut zu wissen, wo es herkommt, wie man es anwendet, und doch, ich glaube, das wird ein bisschen ausladend, aber wenn wir doch an diesem Punkt schon gesagt haben, dass es jetzt schon wichtig ist, diese Qualität im Herzen zu fühlen, dass es wie ein Elektromagnet ist, der alles, was nicht in der Liebe war, wieder in die Liebe bringen kann, da habe ich noch ein kleines Beispiel, weil ich habe früher mal als Rechtsanwalt eine Tagehilfe in einer Ausbildung gemacht, und da wurde früher noch auf Diktiergeräte gesprochen, also die Schriften, die dann formuliert wurden vom Rechtsanwalt, der hatte dann an so einem kleinen Diktiergerät, da waren Minikassetten drin, und dann haben wir das halt später alles abgeschrieben, damals noch mit so einer Art Schreibmaschine, ist schon lange, lange her, und dann zum Schluss, wie haben wir die kleinen Kassetten gelöscht, es gab einfach so einen kleinen Kubus, ja, so einen Würfel, der war magnetisch, aber nicht mal Elektro, sondern einfach nur ein Magnet, da kamen die kleinen Kassetten rein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder raus, und dann waren sie gelöscht, ja, also ein Wunder, und nichts anderes kann unser Herz ja auch, genau, nämlich diese Sachen, die zu uns zurückkommen, die disharmonisch sind, reinnehmen, annehmen, und wie durch diesen Elektromagneten, zack, und dann ist es wieder repolarisiert, oder wieder in einer, ja, wieder in der Liebe, oder wieder in der Harmonie, und wieder in der Vollkommenheit. Ja, das ist noch ein sehr schönes Beispiel, und auch etwas aus der Praxis zu sehen, um einen Vergleich zu haben, wie das ungefähr funktioniert, und zu sehen, dass alles Energie ist, und man kann Dinge überschreiben, oder verändern, es geht auch immer nur darum, das, was existiert, in eine andere Form zu bringen, oder zu wandern. Mhm, genau. Genau. Ja. Hast du noch irgendwie etwas, was mir gerade so auf dem Herzen liegt, zum Thema Liebe, wir haben es ein bisschen ausgedehnt, aber es gehört ja auch alles zusammen, und ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, wir könnten da sicher noch weiter uns unterhalten, und philosophieren, aber gibt es noch etwas jetzt zum Thema Liebe, oder Bewusstsein, was du noch mitgeben möchtest. Das Einzige, was ich wirklich noch mitgeben möchte, und immer wieder gerne bekräftige, dass jeder Mensch weiß, dass er schon allein aus seiner Substanz, die Liebe selbst ist, ja, geformt. Und dass dieser schöne Körper auch einen wirklich aus Liebe gemacht wurde, und sich einfach da mal mit zu beschäftigen, vielleicht auch in seiner Meditation, oder wenn man in seinem Kokon ist, und zu wissen, das ist alles aus der Ursubstanz, und deshalb, es will einfach nur fließen, das Leben, und es will sich teilen mit anderen, und es will einfach Schönheit erschaffen, und Vollkommenheit. Und dass das auf jeden Fall eine Gewissheit ist für uns, dass das kein Märchen ist, und keine Illusion, sondern dass das die Wirklichkeit ist. Und das ist das, was ich wirklich noch mal mitgeben möchte, an der Stelle. Ja, sehr schön. Und wenn wir uns ja eben, wie gesagt, mal in einem dunklen Loch befinden, oder so, dann sich schon nur daran zu erinnern, auch wenn es ein paar Momente sind, das bringt uns ja auch in eine höhere Frequenz, oder auch wenn wir denken, oh nein, aber irgendwie heute schaut es gerade nicht so aus, oder da im Aussen, alles mit dieser Situation gerade, aber diese Bewusstwerdung, vielleicht fühlt man es auch gerade nicht für den Moment, oder, aber schon nur sich, ich weiss nicht, vielleicht geht es auch mal über den Kopf, bevor es dann im Herz ist, aber sich daran zu erinnern, dass wir Liebe sind, und Liebe ist eine hochschwingende Frequenz, und da dürfen wir hin, das kann auch schon helfen. Ja, es gibt sicher noch weitere spannende Themen, die ich zum Beispiel mit dir, liebe Stefanie, ja, bereden möchte, wenn du offen bist, aber schauen wir sicher weiter, aber ich danke dir herzlich für den schönen Austausch, und für die schönen Einsichten zum Thema Liebe, Bewusstsein, Ursprung, und ja, ich wünsche euch allen einen ganz schönen Tag, und viel Freude beim Sein und beim Tun, und ja, folge deinem Herzen, weil es kennt den Weg. Ich danke dir auch nochmal, liebe Monika, für das schöne Gespräch, und allen fürs Zuschauen und Zuhören. Ja, danke euch allen, und danke dir, Stefanie, bis zusammen. Tschüss. Tschüss.